Es ist jetzt der 23.09. Ich denke mir, ich stehe wieder vor dem Restaurant Mein Restaurant. Und es gibt nun Abendessen. Eine Besonderheit ist, dass heute noch ein extra Buffet aufgebaut worden ist. Und ich heute auch übrigens einen wunderschönen Tag hatte. Ich habe auch noch einen netten von meinem Reisepartner Goldring geschenkt bekommen, den ich mal kurz präsentieren möchte. In der Mitte, das ist das türkische Auge. Das soll alle Leider und böse Menschen von mir fernhalten. So ist der Glaube in der Türkei. Und nun gehen wir bitte wieder rein in das Restaurant. Ich mag mal das Buffet präsentieren. Und das ist doch wohl beachtenswert, was aus so einer Melone machtbar ist, als Kunstwerk gemacht wird. Oder hier. Es scheint wohl eine Wunschmelone zu sein, ganz großer Form. Hallo? Eine Frage. Und was ist das? Kuş, also ich habe herausgefunden, es ist eine türkische Spezialität, Kuş Taba. Und das? Cicci, die Kunstwerk nennt sich Cicci. Ich beende nun meine Führung, da ich den Speisesaal ja bereits schon mal präsentiert hatte. Es ist ein Stück divertente. Das ist ein Stück sehr schön. Ja? Vielen Dank. Ich will ja leer machen. Im Winter ist auch keiner hier. Ja. Es ist so wie ein Vergehrer, der hat Bürgerschein gehoch geklappt. Ja, hatten wir mal. Ja. Wir hatten aber auch schon... Da waren... Wie viele da? Ne? 200. 200. Ja. Für den ganzen Puck 200 Leute. Ja. 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 Wenn ich das brauche...